Reality Twist Die Personen und die Handlung dieses Spiels sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder technische Begebenheiten von lebenden oder verstorbenen Personen sind keine Absicht. Herzlich willkommen meine Freunde hier mit so einer neuen Let's Play Reihe. Wir spielen Ghost Squad. Ja, ein neues Rettungssimulation Adventure Spiel von Reality Twist. Ich bin gespannt. Es soll wohl mehr als nur eine Simulation sein. Es soll eine ganze Geschichte erzählen, eine ganze Story mit Point-and-Click-Adventure-Elementen, halt dementsprechend mit RPG-Elementen und halt auch mit Adventure, allgemein mit Adventure-Elementen. Und da bin ich gespannt, deswegen ich klicke auf neues Spiel und sehen wir mal zu, wie das so läuft. Aber erstmal Let's. Ich hoffe mit den Lautstärken passt alles. Das Spiel hat mich am Anfang angeschrien. Mit dem Gamma-Wert, der war auch etwas komisch. Aber ich denke mal, der Gamma-Wert wird irgendwie schon passen. Oh, pscht. Mein Name ist Finn. Ich bin Einsatzleiter bei der Küstenwache. Gemeinsam mit meiner Crew und dem Kreuzer Daniel sichern wir unsere Grenzen. Das hätte man ruhig verduren können. Aber heute bin ich nicht mit unserer Crew unterwegs. Ich habe schon den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Und meinem besten Freund kann ich... Heute mache ich mein eigenes Ding. Alone. Mein Name ist Finn. Und das ist meine Geschichte. Unsere Schiffe willst du lenken. Nun, nach dem gleichen Ziel fern dir. Du hast deine Geist verloren verloren. Du Idiot! Schöne an diesen Moment. Ja, ich bin. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Englisch? Was machst du hier? Das ist private. Ich kann nicht mehr aufhören. Es ist so hoch. Christ. Fürschtest du das böse Zwitschen? Kalte Grollen? Fürscht das Meer? Lass mich schringen mit den Bogen. Einsam, haltlos, ohne Meer. Ja. Irgendjemand von 1809. Der Text geht nicht mehr zu schnell. Auf R.C. 10 Stunden zuvor. Spielwenden? Nee, eigentlich nicht. Hm. You can't order me around, Coleman. Don't try to follow me. This is going to have consequences. That is a really bad idea. Was mich jetzt nur sehr verwundert, warum sind das englische Synchronsprecher mit deutschen Nurnerziteln? Ich denke, das ist eine deutsche Produktion. Hm. Das gefällt mir eigentlich gerade schon gar nicht mehr. So, und was sollen wir jetzt hier machen? This is the radio. I use it to contact headquarters. I have more important stuff to do right now. I need to secure that ship. Also, die Maustaste gedrückt, um, ja genau, mich umzubewegen. Und, dann findest du Kamera. Hier kannst du natürlich eine Kamera durchnehmen. F1, F2, F3, F4. Dann kannst du sogar hier. Sehr gut. Okay, also wir sind irgendwie hier unterwegs, Richtung eines Schiffes. Und mal schauen, was wir da machen. You again? I'm not giving up. You kidnapped my Fatima, our Schiff's Engineer. Finn, listen to your colleagues. You have no idea, how dangerous they are. Well, I'm about to find out. I'm going on deck. We'll see about that. Let's see how well you handle it. Okay, also die schmeißen erstmal irgendwelche Öl-Termische raus. Was sind die für welche? Warum haben die unsere Maschinisten entführt? Sind das Terroristen? Fragen über Fragen? So, warte, jetzt nimm ich mal hier die Mitte. Ja, damit haben sie nämlich nicht gerechnet. Warte, jetzt nimmst du das Feuer fahren. Warum denn? Passiert doch nicht. Ja, jetzt lass mich durch, verdammt nochmal, es gibt keinen anderen Weg. So, warte, jetzt nimmst du hier. Aber das sieht aus, als wäre ja ein Weltkrieg. Nee, da ist noch etwas Special Effects, du. Geht raus, lass das Feuer raus und lasst uns allein. Ich lasse meine Kollegen das Feuer raus. Du, auf der anderen Seite, bist du mir. Da hinten sieht es aus, als hätten gerade, was wir sehen, schon irgendwelche Pumpen eingeschlagen. Das sieht momentan mehr, wie so ein Weltkriegsszenario aus, wie wir nach einem Rettungssimulator, aber okay. Ja, kommt ein Schiff mehr oder weniger so langsam nahe. Hier ist oben so, keine Ahnung, Turm umgestürzt, so ne, 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 uah, so ne Ölplattform. Du hast keine Chance. Ich weiß mal, ja, interessieren wir, ob die Kacke hier hin will. Gott, verfluchte Scheiße nochmal. Ich fahre auch nicht durchs Feuer, hier ist kein Feuer. Oh Mann, dieser Mann ist wie ein Ratsch. Du kannst ihn nicht schaukeln. Kommt, Leute, Zeit, um ihn zu sehen. Invisibel? Was wollen sie sagen? Werden sie versuchen, zu zu erheben? Wer ist es wichtig? Ich gehe nach dir und gehe auf Bord. Fahrer, ne, das Schiff heran, um darauf, äh, überaus zu steigen. Steht immer da, ist er nicht durchs Feuer vor, aber hier ist kein Feuer. Du bist nicht wieder trinkt. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Mein Kopf, was, was ist passiert? Warum, warum ist es so schmerz? Ich muss ein Licht anziehen, hier. Okay. Ein Hammer. Hm. Ich denke, ich werde das hier hängen. Das ist ein Hammer. So, und damit sind wir jetzt wohl schon hier in der, in der Story drin. Ein Hammer, ist richtig. Diese Tür ist total verkeilt. Es geht gar nichts mehr. Vielleicht kannst du einen anderen Weg aus dem Raum. Naja. Eingesammelte Gegenstände waren dort in dein Inventar. Diese finden sich recht unten. Lelelelele. Ja. Aber wie soll ich zur Hölle jetzt hier raus? Suche die Benzinpumpe. Wenn du den Hebel umlegst, geht wieder Strom. Klassisch. Guten Tag. Wir können einfach mal hier lang. Gut, das ist kaputt. Taschenlampe wäre mal hier irgendwie so halbwegs angebracht. Warte, man sieht ja hier so gut wie gar nichts. Ja, ja, ja. Jetzt schau doch mal aus. Benzinpumpe, das wissen wir schon. Müssen wir trotzdem erstmal finden. Äh. Nach hier, oder? Irgendein alter Luftdruckkompressor momentan wüsste ich nicht, wie ich mit dem anfangen soll. Vielleicht schau ich ihn mir später nochmal genauer an. Ja, okay. Drücke L und find's Locksburg zu öffnen. Es scheint, dass hier ein Powergenerator mit einem Strompump standen. Vielleicht wird es mir endlich helfen, um hier etwas Licht zu kommen. Vielleicht wird dieser Hammer helfen. Manchmal musst du in der Taggegenstände Raum an, wenn es jeder für ein Objekt... Äh, so, so, so. Okay. Ich finde es hier ein Licht. Wo bin ich denn? Scheiße. Ich denke, Finn. Hm. Ich bin hier vorhin. Ich muss mich umschauen. Vielleicht finde ich ein Objekt, das meine Erinnerung ein bisschen. Neuer Lockbureintrag können wir mit L nehmen. Ziel! Wann dann rein, wenn du den nächsten Mal suchen? Vielleicht, wenn du selber noch mal auf die Sprünge hilfst. Äh, ja. Hm. Keine Ahnung. Das mit Pumpe verwenden. Na, okay. Gut, jetzt haben wir ja wenigstens erst mal ein Licht hier drinnen. Ich kann hier irgendwas verwenden. Es gab eine Zeit vor Fatima. Damals hieß unser Mechaniker Mads. Es war wirklich ein netter Kerl und alle mochten ihn. Bis eines Tages, der Bescheid kam, krebs im Endstadium. Es war für uns alle ein Schock. Und eigentlich würde ich bei einem Notruf nie ohne Mechaniker in den See stechen. Doch was soll man machen, wenn man ein neues Personal schwierig zu finden ist und Flüchtlinge in Seenot geraten? Daniel Defoe, das ist MSC. Daniel Defoe, das ist MSC. Over. Das ist Daniel Defoe. Was ist, Jessica? Was ist, Baby? An oil tanker hat sich gerade eine überkrohde und schmutzung船. Wir glauben, dass es ein transport船 mit Flüchtlingen ist. Vielleicht ist es mit dem Angriff. Das klingt gut, Finn. Wir müssen uns mal schauen? Natürlich müssen wir, aber du weißt, wir sind unter dem Angriff. Und jetzt wäre es die Zeit, wenn ein Ingenieur sehr hilfreich wäre. Ja, naja, es gibt keine Veränderung der Fakten. Mads ist nicht hier. Ja, es gibt keine Veränderung, Colman. Wir müssen uns auf den Weg nehmen. Danke, MSC. Wir sind auf den Weg. Danke, Leute. Wir senden dir die Koordinaten so schnell wie möglich. Spannende Musik. Sorry, wenn ich diese Zwischensequenzen halt nur nicht mit den Emotionen erzähle. Hatte ich jetzt noch irgendwie nie großartig drauf, ne? Das wisst ihr ja. Ich finde es schade, weil, warum sind gerade solche Zwischensequenzen nicht vertont? Wenn wir nur da stehen und so schnell durchlassen, das ist wieder ein verschenktes Potenzial. Und je Biel steige ich noch nicht so ganz dahinter. Was jetzt hier Phase ist, weil es erzählt eine Story mit Hin- und Her-Switches, also mit Time, also mit Zeitsprüngen, was Zeit, Call of Duty, Modern Warfare 2, eigentlich in jedem Shooter heutzutage ist. Was Dings angeht und die Simulatoren kapieren das auch immer mehr. Und jetzt bewegen wir uns hier zu so einem, ja, Flüchtlingsboot. Und werden wohl den Flüchtlingen helfen. Einfach so sieht es danach aus. Ziemlich ans Zeitgeschehen momentan angepasst. Obwohl hier rundherum gar nichts ist. Ich muss gerade sagen, die Grafik sieht, äh, ja, sie sieht, äh, sie sieht, äh, sie sieht, äh, Licht aus. Ich weiß auch nicht so genau, wie... Oh, was ist das? Ja, Colton, das sieht nicht gut aus. Ich habe auch schon schüttelte Menschen in der Wasser. Initiate Rescue- und Feuer-Fighting-Operationen sofort. Ich bin auf. MSC, das ist Daniel Defoe. Over. Wir haben das Schiff gesehen. Es ist auf Feuer und es sind schüttelte Menschen in der Wasser. Operations-Officer Finn Astaire hat die Feuer-Fighting- und Rescue-Operationen. Roger, Defoe. All right, I have to get into the daughterboat to fish those castaways out of the water one by one. They don't seem to be able to swim and are going to drown if I don't hurry up. I also have to get the fire on board the ship under control using the Defoe's firefighting monitors. There could still be people on board who are trapped by the fire. Here we go. So, zum Löschendrücker F6 um die Löschmodule zurück zu können. Ja, kennen wir irgendwoher. Problem auch hier wieder ist, wir müssen kurz nach hinten fahren. Es ist im Übrigen von den, von den Machern von die Seenotretter. Kennen ja vielleicht nur einige, das vom letzten Jahr. Das Spiel war ja prinzipiell nicht schlecht. War aber nach der Zeit relativ langweilig. Weil es einfach alles viel zu lange gedauert hat. Und ich erkenne hier dieses Löschprinzip, erkenne ich doch auch hier schon wieder. Das Feuer ist unter Kontrolle. Great job. Thanks, Colby. Also, wenn wir den, um die Flüchtlinge zu retten, drücke die Tabulator-Taste mit dem, mit den beiden Pfeilen, damit du wechselst. Also, sehr für links gemacht zur Fahrt mit den Schiffen. Ich bin näher heran und wähle mit der 5. die Bergungsansicht. Naja, gut. War also dementsprechend von den Seenotrettern übernommen. Aber hier gibt es, sieht man, eine doch sehr übersichtlichere Ansicht. Und es ist sogar animiert. Das ist sogar richtig animiert. Also, da ist ja auch, dass wir hier schon mal eine bessere Ansicht haben. Ihr wisst ja noch, bei den 10.03ern, das war ja dann wirklich so, dass die Kamera richtig hart dran war. Und das war ein wichtiger Sackgang. Hier hatten wir jetzt wenigstens einen guten Kompromiss. Die Wellen machen das gerade hier und nicht alles besser. Ich verstehe noch leider von den Texten nicht, weil wenn es gerade bei sowas hier, dann lese ich nicht die Untertitel, sondern sehr halt zu, dass ich hier meine Aufgabe nachkomme. Ich muss sagen, mal gucken, ob ich das auch auf Deutsch setzen kann. Was soll der letzte sein? Ohne Scheiße, was soll der letzte sein? Ich schieße bei den Wellengangen ja nichts mehr. Ja, da, 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 da. Oder? Eih, hier. Das ist gar nicht so einfach, ja. Scheiße, wo sind wir jetzt hin? Jetzt ist er wieder hier drüben. Ich war blöd. Hey, hoch mit dir. So. Erzüllen gerettet. Aber leider sieht man sie nicht. Ich habe doch genug Zeit hier, chill out. Doch alles, doch alles easy. Ich stelle ja die Frage, wie komme ich jetzt wieder an den Beschärzen hier? Beschärzen jetzt wieder hier hinten drauf. So. Ich möchte dich wieder auf eine gute Mission, Finn. Wirklich, eine gute Leistung hierherzüge. Was sollst du mit dem Burnt-Out-Ship machen? Unfortunately, wir sind nicht in der Zwischenzeit, aber es ist immer noch so, wie die Situation aussieht. Kannst du mich da hin und stehre die Sight, Finn? Natürlich, Kolben. Wir gehen nach der Luke-Fox wieder, und dann kann ich dich da hin. So Guck mal, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt sehe Ich hatte nur zwei Crewmitglieder in das Wasser vor mir. Können Sie sie holen? Okay, ich bin auf meinem Weg. Warum sind die jetzt ins Wasser gesprungen? Das ist immer ganz dicht. Auf allen Dingen, wo? Ich sehe ihn auch nicht. Da kann man da außerhalb vom Spiel klicken. Es ist wieder keine Spielbremse drin. Moment, ihr seht sofort wieder. Danke. Hä, was soll ich hier tun? Lasse Koronel das Schiff durchsuchen, während du dich um die Schiffbrüche in den Wasser kommst. Ja, wo zur Hölle denn? Hier ist es nicht. Nee, also sorry, hier ist gar nichts. Hier ist nicht mal ansatzweise irgendwas. Also seht ihr was? Ich sehe nicht. Also ich sehe wirklich. Ah hier, ah hier. Toll, wieder außerhalb vom Spiel geklickt. Ey, ich hasse so was. Ist denn das so schwer, im Jahr 2015 immer mal so eine Bildschirmbegrenzung reinzubauen, dass man nicht außerhalb des Spiels klickt? Herrgott, vorflugte Scheiße nochmal. And another castaway is saved. What an operation. That's great news. Also ungerettet, so. Sind jetzt hier noch irgendwelche. Tatsächlich, da stimmt der, sind ja zwei runtergesprungen. Was für Klapser. Entschuldigung, oh. Oh, der war jetzt rein. Theoretisch war er jetzt tot. Aufflug nochmal. Jetzt. Sagt doch rein. Das muss jetzt Nummer 7 sein. Wenn ich so weiter gehen werde, dann werde ich ein Medal of Honor bekommen. Finn, Finn. Ja, Colbert. Ich habe jemanden gefunden, die in der Fahrtruppe verletzt hat. Sie hat sich auf die Gefahr von Sabotage verletzt. Kannst du mich holen? Dann können wir sie zu Daniel Defoe mit Luke Fox, um sie zu verletzen. Ich bin schon auf meinem Weg, Junge. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe nichts gemacht. Ich bin schon auf dem Weg. Du kannst uns alles über unsere Mothership erzählen. Wer ist das, was du da abgetan hast? Sie hat die Fahrtruppe verletzt. Ich würde sagen, wir haben einige Fragen über Defoe. Es gab viele Anstrengungen auf Flüchtlinge. Vielleicht ist sie ein Teil davon. Und kann uns einige Beispiele geben. Hör auf, Finn. Du hast nicht viel Zeit. Ich würde sagen, wir bringen die Kacke hier gerade nochmal an den Deck. M.S.C. Das ist eine Stärkung. Das ist eine Stärkung. Das ist eine Stärkung auf dem Weg. Ich werde sie direkt in unsere Interrogation Room, Finn. Danke. Ich werde dich in die Stärkung in der Mitte. Ich kann nicht glauben, dass du mich wirklich verletzt. Was ist das Schiff? Es gibt noch nicht mehr. Es hat sich bereits zu verletzt. Roger. Du hast eine große Fehler gemacht. Das ist eine große Fehler. So, Ziel. Sie müssen sie befragen, wenn das hier hervorgefallen ist. Das ist richtig. Aber meine Freunde, wie immer, kann ich mir hier Feierabend für den ersten Part reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lassen wir eure Meinung da. ich bin momentan ja... genauso ähhh... ja... etwas verwirrt wird vielleicht. Ich weiß es nicht. Äh ... wir sehen uns dann. Äh ... wie gesagt, duträusch nicht vergessen. Und reingehauen. Tschüt offices! 3